Hallo liebe Freunde! Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Planet Coaster! Ja, beim letzten Mal haben wir hier das ganze hier zeneriert. Und ich finde das sieht richtig gut aus. Also ich... naja, ich kann mich schon selbst loben. Darf ich das? Dann würde ich mal sagen, drücken wir hier mal auf Play. In einem, bei dem ersten Video waren die Stimmen zu laut und im zweiten wurden die dann irgendwie wieder leiser. Ja, das hier hat jetzt 16%. Das ist überhaupt nicht krass. Okay, sagen wir mal, gucken wir mal, das lange Karussell ist ja so teuer, ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche mir bis ein Getränkeladen. Bist du irgendwie dumm? Dumm? Jetzt war ganz ehrlich. Bist du dumm? Die Frau, die es gesagt hat. Okay, dann mach ich halt noch eine Getränke, Leute. Das ist traurig. Äh, Forschung. Machen wir der Forschung, äh... Getränke! Ja, Gulpe. Die Gulpe-Bulpe. Also, Chaos-Kau macht bisschen Minus. Das Plus ja. Was sagen die denn hier? Einlagen. Was sagt der Verkäufer? Ich schätze, alles ist mehr oder weniger okay. Ich schätze alles, mein Job ist ziemlich durchschnittlich. Dann stellen wir hier mal... Wenn der reingeht... Wenn der reingeht... Wenn sie reingeht... Dann zack! Ab! Ab! Ein mit dir! Okay! Ja, hier gehen häufig solche... Das ist ja immer noch sooo teuer! Dann brauchen wir halt noch 3 Euro! Okay! Ich weiß nicht, soll ich jetzt in der Timelapse oder in der Timelapse? Ich hab nachgeguckt, wie das heißt. Ähm... Soll ich hier jetzt in der Timelapse gehen oder nicht? Was sagen die hier zu? Das war dann mal... Das ist ziemlich schnell vorbei. Dann haben grad 120 Leute bei uns drin. Und... Ich würd dann mal sagen... Dann... Dann... ... ... ... ... Eins, go. Sous-titrage ST' 501 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 oder? Ja. Für den Anfang sieht es richtig krass aus. Oh mein Gott, jetzt fühlt es sich ja richtig krass. Äh, äh, go, 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 go. Ah, 5 Euro. Bei 100% kann ich jeden empfehlen, da klappt es immer. Okay, dann würde ich mit euch jetzt hier noch ganz kleine Sachen machen. Zum Beispiel hier. Okay, die man meistens zur Seite sagen, uh, schon 3.000. 41%, okay. Das ist so klar. Immer mal mal auf das. Immer mal auf das. Immer mal auf das. Immer mal auf das. Ich muss das erst zu den kleinen Erforschen. Weil Nervenkitzesach hab ich noch nicht. die ich nehmen könnte für das Szenario. Von hier. Von hier. Ähm, vom Märchenbereich. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Timelapse. Das kommt einfach nicht in meinen Kopf rein. Wie wird das hier noch gestalten? Viel Spaß noch dabei. Viel Spaß noch dabei. Viel Spaß noch dabei. Viel Spaß noch dabei. Musik So, das war's von der Folge. Wir haben heute beide Sachen zeneriert. Und das eine Karussell haben wir noch zeneriert, so ganz normal. Und das andere war ja schon zeneriert und war schon im grünen Bereich. Nur wir haben es dann nochmal auf 100% gebracht. Und dann würde ich jetzt mal sagen, das war's mit der Folge. Nur so als Info, ich hatte so was bisschen Blödes gemacht, sodass ich jetzt einen Fehler habe, den ich nicht ändern kann. Der Rest des Videos jetzt noch war. Ich hab dann einen Galper Energy Drink gebaut, weil die sich beschwert haben, dass die nichts zu trinken haben. Und habe ein Fahrgeschäft noch hingebaut, wo man sich so reinsetzen kann und dann so fliegt. Ihr werdet es ja im nächsten Part sehen. Und das war's dann mit dem Part. Ähm, gebt ein Like da, wenn ich mehr machen soll von Planet Coaster. Abonniert mich, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr auch noch dann noch die Glocke aktiviert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr kein Video verpasst. Sehr hoch. Und dann würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.